Willkommen zu einem Zampo Rosenlev Das Spiel war das Abtankrohr auf einmal wieder drin Ja, das ist auch mal kurios Nun gut, egal Ist jetzt auch nicht so das ganz große Problem Wir fallen jetzt nur erstmal hier die Geräte auf Seite Beziehungsweise das kippen wir gleich ab Können auch die Zeit schon mal entsprechend jetzt vorlaufen lassen Denn wir wollen ja dann entsprechend auch hier den Rest vom Weizen einsammeln Da müssen wir warten, bis die nächste Wachstumsstufe durch ist In der Zeit, wie gesagt, bringen wir den Weizen im Silo Machen mit dem Stroh noch ein bisschen weiter Denn ich möchte eigentlich keinen zusätzlichen Kredit mehr jetzt aufnehmen Und möchte mal schauen, dass wir vielleicht sogar Durch den Strohverkauf unsere nächsten Tiere finanzieren können Dann gucken wir mal, ob wir das so hinkriegen So, und damit jetzt nicht gleich nochmal eine blöde Störung kommt Werde ich mal gleich das Handy auf lautlos stellen Weil irgendwie ist so im neuen Jahr wieder das Jahr der Kundencenter Alle halbe Stunde ruft da irgendeiner an Sie haben das, Sie haben das, wie waren Sie zufrieden? Ja, ist ja schön, dass Sie so eine Qualitätssicherung machen Aber ich frage mich, wenn ich in einem Autohaus bin Warum ich dann einen Fragebogen ausfülle, wie es mir gefallen hat Wenn mich danach nochmal zwei Callcenter anrufen und dasselbe nochmal fragen Ist super Ja, also Evo ist auch mal gut Zu viel Service kann irgendwann dann auch mal nerven So, das ist in Ordnung Das Schöne ist, der tankt jetzt fleißig weiter ab Der ist da hinten schön am Abladen Das heißt, wir können uns jetzt hier mal kurz weiter um unsere Strohgeschichte kümmern Wir sind jetzt bei 50%, das heißt, wir haben mit dem nächsten Verkauf auf alle Fälle schon mal genug Geld drin Damit wir zumindest unsere Folgetiere kaufen können Ja, das Geld geht ziemlich nach unten So, da wollte ich eigentlich auch mal schnell schauen Warum das zwischendurch immer so massiv abrutscht Wo haben wir denn unsere... Achso, das sehe ich ja gar nicht hier Das sehe ich hier drüber Sorry dafür So, Einnahmen, Ernte, Lohnzahlung, Betriebskosten, Fahrzeuge, Tierkosten Jawohl Ja, Tierkosten Da ist natürlich auch die laufenden Kosten entsprechend drin Und die Tiere kosten uns natürlich auch ein bisschen Geld Ich hoffe mir zumindest, dass sich das jetzt am Ende dieses Tages schon mal lohnt Dass wir da ein bisschen Geld rauskriegen Später ist es ja dann richtig schön, wenn wir eine genug große Anzahl von Tieren haben Ja, dann haben wir den Vorteil Das, was die am Milch bringen, reicht im Prinzip dann schon aus Um das nächste oder die nächste Tiergruppe für uns zu kaufen Das heißt, die finanzieren sich durch ihren Milchertrag dann selber Ist im Prinzip nur, ja, der Anfang Wo man halt erstmal ein bisschen investieren muss Aber langfristig rechnet sich das So, 2,2 sind noch da Wir brauchen insgesamt 2.000, äh, was habe ich gesagt? 870 Euro Das heißt, das sollte aber jetzt eigentlich mit dem Füllstand von dem Strohladewagen kein Problem sein So, von der Wachstumstextur hat sich noch nichts getan Das heißt, da können wir Zeit noch ein bisschen laufen lassen So, wir sind jetzt bei 94, fast 95% in Ordnung Dann fahren wir das gleich rüber Weil jetzt nochmal da drehen und eine Spur machen für 4% ist, glaube ich, unsinnig Wenn wir lieber gucken, dass wir das gleich hier entsprechend zu Geld machen Dann können wir unsere Folgetierchen kaufen Ja, ihr habt da auch festgestellt, bzw. ich habe was festgestellt Ihr fragt öfter mal, hast du die Folgetiere gekauft? Ähm, ja, also anscheinend mache ich das dann teilweise so schnell Ähm, dass das irgendwo untergeht, wenn man mal kurz nicht gerade auf den Monitor guckt Also bis jetzt haben wir es geschafft Dass wir noch nicht einmal unsere Folgetierchen vergessen haben Das hat zum Glück bisher immer wunderbar funktioniert So, und hier fahren wir jetzt erstmal rückwärts ran Natürlich wieder ein Stückchen zu impulsiv Man sollte sich echt mal, oder ich sollte mich echt mal angewöhnen Einfach langsamer da ran zu fahren Dann kann man es nämlich auch viel besser abschätzen Von den Winkeln und allem drum dran Ob das jetzt passt oder nicht So, und wir sehen hier hinten an der Textur In der Verlängerung über den Mähdrescher Es ist also noch keine Wachstumsstufe durchgelaufen Das heißt, wir haben in dem Punkt noch ein wenig Zeit So, jetzt haben wir genug Geld Jetzt können wir unsere Folgetiere kaufen Und Heureka, wir sind bei Folge 28 Und haben zumindest schon mal ein paar Tiere organisiert Ansonsten sieht es ja noch ein bisschen mager aus Aber ich denke mal, das wird sich bald ändern Ich möchte auch mal prüfen Beziehungsweise mal gucken Wie das denn ist, wenn wir die Eier eingesammelt haben Und die dann verkaufen Was wir denn da an Kohle rauskriegen Ich hoffe, dass wir da auch ein bisschen was erreichen So, und jetzt drehe ich aber die Zeit mal kurz ein Stückchen runter Denn ansonsten sind wir gleich im Minus Ich habe da ziemlich knapp jetzt gerechnet Dann fahren wir hier am besten außen rum Machen den nächsten Ladewagen noch voll Dann sind wir auch, wie gesagt, hier mit dem Feld Entsprechend fast wieder weg Und gut dabei So, allzu viel Stroh haben wir jetzt hier nicht mehr So, den kleinen Brocken nehme ich auf dem Rückweg mit Ich würde sagen, wir fahren jetzt hier erstmal eine Runde weiter Und damit kriegt man nämlich ganz schnell wieder Geld rein Die laufenden Kosten müssen hier auch gedeckt werden Da von euch kam übrigens der Hinweis oder die Idee Wir sollten vielleicht mal gucken, ob wir uns eine Bienenzucht kaufen Die produziert, glaube ich, 30 pro Stunde 30 Euro Würde uns also auch in dem Punkt dann weiterhelfen Dass wir hier, sagen wir mal, zumindest die laufenden Kosten ein wenig abdecken könnten Wäre eine permanente Einnahmequelle Nichts Großes Aber zumindest hätten wir dann Ja, so 720 Euro über den ganzen Tag und die Nacht verteilt eingenommen Wäre also auf alle Fälle auch mal eine leichte finanzielle Verbesserung Beziehungsweise Entlastung Aber da müssen wir natürlich jetzt erstmal Kohle sparen So, und die Kohle, die wir jetzt hier einsacken Die werden wir auf alle Fälle erstmal benutzen Um entsprechend Feld 20 zu kaufen Ich glaube, da machen wir eine normale Einser drauf Dann dürften wir auch genug Geld dazu haben Das Schneidwerk zu kaufen für den Sambo Da wollen wir ja das etwas größere Schneidewerk uns holen Und wenn das dann durch ist Ja, dann geht es mal so langsam in Richtung Orientierung Wir haben ja geguckt Kleiner New Holland Traktor plus Frontlader Anbauteile kostet so um die 70.000 Plus eine Sämaschine und ein Gruber Also da sind wir dann bei guten 100.000 Euro, die wir brauchen Von daher ist es dann schon sinnvoller, wenn wir mit zwei Feldern arbeiten Weil da kriegt man einfach schneller die Kohle zusammen Mit dem einen Feld würden wir uns hier einen Wolf dümpeln Und würden wahrscheinlich bei Folge 70 noch entsprechend so fahren Von dem Punkt ist natürlich eine Erweiterung sinnvoll So, die Zeit läuft langsam weiter Wir können mal schnell schauen, ob wir hier was sehen mit der Wachstumslinie Auch interessant Wachstumsphase ist hier außen noch Ansonsten sieht man gar nichts Das heißt, wir können also jetzt auch gar nicht groß feststellen Wo eventuell gerade eine Spur durchläuft Wobei, wenn ich es richtig sehe Da rechts wird es wohl gerade erntereif Aha Das scheint hier gerade sich so langsam durchzuarbeiten Das ist natürlich perfekt Dann können wir nämlich doch gleich mit dem Mähdrescher hier loslegen Das ist mal richtig gut So, jetzt wo das erntereif ist Werden wir dann auch hier dementsprechend dann mal stehen bleiben Dann lassen wir den mal da, wo er ist Wir gehen mal kurz zu unserem Erntegerät Ja, ich würde gerne den Ernteger nehmen Aber die stehen zu dicht beieinander Das klappt so gar nicht So, ja, jetzt lässt er mich in den richtigen wenigstens einsteigen Das ist gut So, das ist entsprechend schon geleert Das ist natürlich auch ein Vorteil für uns So, und jetzt gucken wir mal gerade Also hier Das kann man ja schon mal entsprechend so aufnehmen Da haben wir nochmal 1, 2 Reste Ich hoffe, der spuckt jetzt nicht für die 3 Liter da noch was an Stroh aus Ne, gut So, Strohablage ist ja noch eingeschaltet Würde ich sagen, fangen wir hier an Dann kann hier der Helfer zumindest schon mal ein bisschen Gas geben Ich möchte aber jetzt erstmal gern dabei bleiben Weil hier vorne dann im Prinzip das Ganze mit den Kurzspuren zu machen Wäre ein bisschen schwachsinnig Geht eigentlich jetzt nur um die ersten zwei Spuren Dann können wir in Längsrichtung weiterarbeiten Das ist halt der Nachteil Wenn man hier dementsprechend diese kleinen Spuren hat Ja, mit einer größeren Arbeitsbreite könnte man dann natürlich ganz anders hantieren So, und ich denke mal, der Helfer wird wahrscheinlich sogar da hinten sagen Nö, das war's jetzt Dann werden wir gleich mal gucken Oder lässt er da noch eine Ecke stehen? Nö, ich glaube, der ist dann durch Jo, ist fertig Gut, ist ja für uns eigentlich optimal So, jetzt spuckt der hier noch ein bisschen Stroh aus Das war ein bisschen zu zügig Aber auch kein Problem Wir werden jetzt hier außen den Helfer ansetzen Dann kann der da entsprechend loslegen Vielleicht in optimaler Arbeitsbreite das Ganze beginnen Ungefähr hier So, dann kann der jetzt loslegen Wir spurten in der Zeit mal Ne, wir spurten nicht Da gehe ich so hin Weil ansonsten wird das einfach zu lange dauern Und dann gucken wir mal hier drüben Der war ja schon unten So, dann fahren wir erstmal hier drüben die zwei Ecken noch ein Gucken, ob wir die überhaupt so auf dem Gesamten mitbringen Ja, das sieht ganz gut aus So, dann würde ich sagen Nehmen wir hier An Anfang von der Spur einfach irgendwo Weil jetzt ist es erntereif Jetzt möchte ich tatsächlich nicht mehr irgendwo drüber fahren So, jetzt haben wir nämlich den normalen Ablauf wieder eigentlich Und dann können wir jetzt erstmal hier ein bisschen einkassieren Der Ladewagen ist ja zum Glück bald voll Das heißt, dann können wir den auch Im Prinzip gleich das Stroh abgeben und verkaufen So, und da hinten die Ecke ist jetzt immer noch nicht erntereif Was ist denn das? Das gibt es doch nicht Da ist jetzt nochmal eine kleine Ecke, die nicht fertig ist Also das ist wirklich total blöd Muss ich mal ganz ehrlich so sagen Gefällt mir gar nicht Überhaupt nicht So, hier fahre ich jetzt mal den direkten Schränker Das sollte passen So, dann haben wir das nämlich auch weg Wir sind jetzt bei 83% Und dann machen wir uns gerade hier hinten an die zwei Strohreihen noch Dann können wir das Stroh schon mal verkaufen So Der Ante hat trotzdem schon fast wieder 40% Also da kommt richtig viel rein Das finde ich auch super So, dann nehmen wir erstmal hier die Reihe auf So, Modelle Dann können wir gleich den großen Schwenk machen Mal gucken, ob wir das vor dem Mähdrecher noch schaffen Uh, das wird eng Ansonsten muss ja eine Sekunde warten Aber ha, hat ja fast perfekt geklappt So, da haben wir jetzt noch einen kleinen Rest Das nehmen wir aber auch gleich mit Und Strohwegelchen ist so gut wie voll Passt eigentlich ziemlich gut So, der ist jetzt am Drehen Das heißt, da warten wir jetzt mal ganz kurz Kann ich auch notfalls nochmal ein Stück zurückstoßen Weil da haben wir noch eine Ecke vergessen Die nehmen wir dann gleich mit So, auch erledigt Dann würde ich sagen hier den Eckteil noch Und dann hier gleich mal den ganz dicken Schwenk rein Ein bisschen Na komm, ein bisschen mehr geht Oh, Stufe 3 Dann machen wir jetzt hier mit der Spur schon mal den Wagen voll Dann kriegen wir jetzt die Ernte wenigstens mal so langsam hier komplett durch Und ja, ihr seht ja selbst nur Stroh Ist nicht mehr allzu viel zu holen Gut, der Wagen ist jetzt gleich voll Das ist schon mal ein riesen Vorteil Warum jetzt blöderweise hier dieses Karree immer noch nicht erntereif ist Ja, das weiß nur der liebe Gott Keine Ahnung, was da schon wieder los ist Ich finde es irgendwo ein bisschen blöd Mal gucken, wie der jetzt hier dreht Schaue ich mir erst mal an Der fährt jetzt nochmal die Spur runter Gut, ist bei 80% Und dann haben wir hier hinten den ganzen Block noch Also das gibt dann, denke ich mal, noch gut 10.000, 12.000 Liter Da dürfte eigentlich noch ein bisschen was bei rumkommen So, wir nehmen jetzt hier die letzten Prozente auf Und fahren dann im Prinzip gleich geradeaus zum Hof durch Nimm ich genau jetzt Und werden das mal noch schnell verkaufen Folgetierchen haben wir geholt Es wird langsam eng mit dem Geld Aber ihr seht, noch kommen wir ganz gut hin Und ich denke mal, in der nächsten Folge müssen wir dann einfach nur schauen Dass wir das Stroh noch fertig kriegen Dann geht es langsam auch an den Weizenverkauf Denn ich denke mal, das bisschen werden wir jetzt in der nächsten Folge fertig kriegen Dann sollte das eigentlich hinhauen So, und während der jetzt hier abtankt Werden wir dann den Mähdrescher für die nächste Folge entsprechend noch auf die passende Startposition stellen So, dann ist das nämlich auch gelöst, das Problem Und der läuft und läuft und läuft So, hier müssen wir gerade ein bisschen rangieren Das war etwas ungünstig So, aber ich glaube, jetzt kommen wir der Sache näher So, ja, das passt soweit Hoffe ich Ja, einmal abkippen das Ganze Wir schwenken mal rüber Schnappen uns den Kollegen Ne, den schnappen wir uns nicht Wir schnappen uns den Rosenlev Genau Und fahren mit dem einfach jetzt schon mal die nächste Runde So, dann nehmen wir nämlich da erst mal gleich die Längsspuren So, und der ist jetzt auch schon fast voll Dann werden wir das mal schön kombinieren Da hinten haben wir ja unseren kleinen Kipper stehen Und dann werden wir das hier im Prinzip so sagen Im Vorbeifahren mal auf die Schnelle noch rauspacken Das Zeug So, dann kann der da nämlich schon mal abladen Wir können im Prinzip mit einem leeren Mähdrescher in der nächsten Folge dann starten Das ist dann auch schon mal richtig gut So, hier noch ein bisschen das Ganze verteilen Dass es einigermaßen gleichmäßig befüllt wird Zumindest optisch Im Endeffekt sieht es ja dann am Schluss sowieso immer gleich aus Von daher ist das Latte Aber es soll ja wenigstens auch so für während dem Spiel so ein bisschen Ja, anständig verteilt aussehen So, dann klappen wir hier noch das Rohr ein Das passt Ein bisschen Kohle haben wir wieder drin Ihr seht, so der ganz große Engpass ist nun erledigt Und wir fahren jetzt Ich sage ganz ehrlich Ich pfeife jetzt auf das Karree Ob das Erntereif ist bald oder nicht Wir fahren jetzt hier in den Startpunkt So Und werden hier dann in der nächsten Folge mit der Ernte loslegen Dann haben wir die Spur oben noch Das Querstück Da dürfte noch ein bisschen was reinkommen In diesem Sinn Ich freue mich auf die nächste Folge Dann hoffen wir mal, dass der Weizenpreis passt Dass wir das auch abstoßen können Und während der jetzt hier die Ernte dann durchzieht In der nächsten Folge Werden wir noch ein bisschen Stroh weiter einsammeln Wir wollen ja die nächsten Folgetierchen kaufen Dafür brauchen wir noch einen vollen Strohwagen Und in dem Sinn Arbeiten wir uns voran In diesem Sinne Danke fürs Zuschauen Bis zur nächsten Folge Servus Und Tschüss Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal